Hallo. Wir checken jetzt aus leider. Wir haben jetzt 10.15 Uhr ungefähr und gehen jetzt raus. Das ist unser Treppen-Ayutajab. Schauen wir mal, was wir machen. Danke. Hi. Das ist unser Roller und dann checken wir jetzt mal Ayutajab. Wir haben jetzt unseren großen Fahrrad hier. Let's go, oder? Ja. So. Erste Station. Vat Mahatath. Vat Mahatath. Das war jetzt nur 1 Kilometer vom Hotel entfernt. Also haben wir ungefähr 4 Minuten gebraucht. Und ja. Schauen wir uns mal an, was es hier so gibt. Also hier ist ein bekannter Buddha im Baum drin. Also so eingerurzelt, sagen wir immer. Ja. Schauen wir mal. Leider dürfen wir da nicht rein. Das bedeutet, wir können uns das nur vom Weiden anschauen. Ticket würde für Thais 10 Watt kosten und für Ausländer in unserem Fall 50. 50? 50 stand da. Der Herr hat uns jetzt rein gelassen, aber wir dürfen nicht zum Tempel. Oder Ruin, eher gesagt. Das werden sie. Schade. Ja. Super. Corona. Es hat heute Nacht ziemlich geregnet. Guck mal hier. Es wird fitzen. Überall fitzen. Ich glaube nicht, dass wir rein dürfen. Was hat denn der jetzt gesagt? Es wird zu closed. Oh. Oh nein. Ja. Schade. Die gibt es halt nicht zu sehen. Da hinten ist das Schöne. Ja, da ist eigentlich diese Highlight. Da ist eigentlich diese verwurzelte Buddha. Ja, das Einzige, was wir machen können, ist halt vom Weiten sehen. Schade. Also im Grunde sieht alles so schon gleich aus, sag ich mal. Die Ruin. Ja. Was sagst du dazu? Das heißt Corona. Wow. Ist hier noch ein Eingang oder was? Ja. Hier wäre noch ein Eingang, ist aber geschlossen. Ja, wir drehen jetzt einfach mal die Runde und gucken, ob wir den Buddha vom Weiten sehen. Das ist halt dann so, ne? Ja. Da ist der Baum. Wo? Ich glaube, der dreht sich jetzt. Ja, da wäre der Buddha gewesen an dem Baum. Auch. Doch. Heu leise. Jetzt sieht man ihn nochmal. Aber ich weiß nicht, wo der Kopf vom Buddha ist. Wir finden das Gesicht nicht. Wir gehen jetzt mal weiter und schauen, was wir noch so machen können. Wir haben hier Elefanten gefunden. Aber ich bin kein Fan davon, dass man da überhaupt Reiten fängt. Vor allem nicht schlafen. Wenn man ein Handy trinkt. Ich hoffe, dass es etwas ganz Normales wäre. Na, da steht sie schon. Hier geht's dann. Woher weißt du das? Wie heißt der? Heftig. Tempel. Tram, Tramong, Ton, Bofi. He. 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 Hier werden wir gesponsert wieder mal. Ja. 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 Na ja. Wir haben jetzt ein paar Sachen geholt. Es ist vielleicht das Paradies, gell. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir gehen jetzt was essen am... River. Bei Tanam. Hoppala. Ist auch irgendwie auch gut. Wer ist das? Was haben wir bestellt? Zweimal Partei, einmal mit Hähnchen, einmal mit Fisch, einmal Zerteilspäße, Zerteilspäße, mit Erdnusssoße, zwei Ecks. Und die Suppe kommt gleich. Kokosnussuppe. Wie sonst immer. Und hier ist die Suppe. Voll die Fetze. Wir haben alles aufbegessen. Und wir wollen uns jetzt noch was bestellen. Mangel. Sticky Rice. Genau. Mit Mangel. Dann setzen wir uns gleich hier hin und genießen unseren Nachtisch. Station 2. Ja. Station 3 wäre da Fittenstudio. Aber die lassen wir heute aus. Wie immer. So, kein Sticky Rice da. Und gehen. Danke. Bye. So, sind wir ready? Für was? Für die Leinwurder. Yes. Danach gehen wir noch zu den Elefanten. Aber nur anschauen, ne? Nicht anfassen. Okay. Klar. Die sind angekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass es irgendwie so sichtbar jetzt zu sehen ist. Aber man kann sogar davor laufen. Da. Ich würde das mal raten, wer gefahren ist. Ja. Ich bin hierher gefahren. Die letzten 5 Minuten geradeaus mit 20 kmh. Ich hoffe, man sieht den mit meinem Helm. Ja. Das ist schon ein Bild, hm? Da hinten ist auch noch Tempel, äh, Wien. Ja, überall hier. Die ganze Stadt, ja. Das ist echt schön. Das ist ungefähr 80 km von Bangkok. Ich muss mal eine anpassen. Ich habe auch gar nicht hier angefasst. Wo will ich? Wer will den haben? Ab 50 Euro. Ich stelle es jetzt auf Ebay. Gibt es auch nicht rein, es gibt 5 Euro. Ja. Die großen fangen dann ab 150 an. So, ich mache jetzt noch ein paar Bilder mit dem Buddha. Und dann fahren wir zu den Elefants. Und dann fahren wir mit dem Bild. Krachenfräschstöne, Bananen So, wir haben jetzt ein paar Bananenchen Bananenchen Sie sehen halt bei uns noch wirklich sehr gut aus Oh So, das war der, ist doch dein Hund Schatz, gib ihn mal Wie mache ich das? Einfach heben Gib jedem was Einfach so? Einfach der nimmt den Tisch, ja Der hat die Kokosnuss So Der hat noch nichts gehabt Oh Schatz Das ist ein Tag, ja? Ja Das ist ein Tag, ja? Das ist ein Tag Der ruft dich Du hast mich schmutzig gemacht Das ist ein Tag Der ist ein bisschen ungeduldig Gibst du mal jetzt? Wie der Meino Ja, gib ihn Halt Halt Und dein nächstes Halt Ui Eins Also Es ist schon ein schönes Erlebnis Mit dem Elefanten Aber auch irgendwie traurig Eben, bevor ich dem einen eine Banane gegeben habe Hat er sich bei jeder Banane gebückt Ich bin sehr im Weihnachten Äh, dank Aber Ja Bei so einem kleinen Raum Wir haben ihm was Gutes gefahren Bananen gebogen Aber ich finde schon immer noch eine Frechheit, dass man da drauf sitzt den ganzen Tag Und die so einsperrt sozusagen, ja Aber was soll's So So Wir sind doch noch nicht weg Wir wollen sie einfach füttern Komm 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 Der nimmt das Geld und schluckt es nicht. Wer weiß was es ist. Guck mal, das gibt es nicht. Oh man, die sind so schlau. Du hast keine Bananen mehr. Doch, aber der sagt, das ist schon Geld. Kein Geld. Fertig? So, und jetzt fahren wir zurück nach Bangkok. Das zählt also 70 Kilometer vom Tarn. Ja, und wir müssen uns bereit machen für unser nächster Glück. Kataya und da gibt es Elefanten im Freien. Ja, und wie werden wir sagen? Speichern wir eigentlich. Vielleicht auch nicht mehr. Ja, ok. Danke. Und sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.